Willkommen zurück zur nächsten Folge, wir haben das letzte Mal aufgehört, als wir den kleinen Lava-Stein gefunden haben, hier, ist doch nicht niedlich, ist doch irgendwo eine Kiste, riech ich eine Kiste, und ja genau, wie vermutet, dadurch, dass ich die Lava nicht berühre, kann ich hier einfach runter, sehr gut. Ich bin schon voller Leben, danke, so, kann ich irgendwas Tolles, kann ich die Dinge kaputt machen, ja danke, ok, hier komme ich nicht lang, jetzt gibt es ein kleines Labyrinth-Rätsel, naja, Rätsel, in Anführungsstriche, rums, weg mit den Lumpen, äh, fast alle Hardware-Tasten wegmachen, Warum das denn? Naja gut, ich halte sowieso nicht viel von Apple, aber ok. Ah, da, wo kann ich sagen, irgendwo soll eine coole sein. So, ein bisschen anvisieren, und... Rüber, bin mal gespannt, wohin es mich führt. Sieht zumindest, äh, joh, hundertprozent, ich hatte schon Sorge, dass ich ja nicht rüberkomme. Uh, so, da ist das Herz, Herz 1 von 3. Und das Schöne ist, wir können nachher die blöden Untoten suchen, weil wir hatten ja verschiedene Sachen auf dem Weg. Boah, hab ich genug. Weißt du, wenn ich beim Boss bin, hab ich von den Heiltränken nicht genug, ich seh das schon. So, und du? Ok. Wir schlagen es einfach mal. Ja, dann mach du das mal, Bubi. Weißt du, du hättest ja noch einfach, naja. Aber, nehmen wir den umständlichen Weg. Ja, bringen wir ihn zum Wächter. Ja, bringen wir ihn zum Wächter. Wahrscheinlich kommt jetzt ein riesen Weg. Du solltest vielleicht etwas schneller machen. Wie schnell, also ich bin noch vor dir, mein Freund. Die Frage lautet, wer sollte schneller machen? So. So, bist du ja nicht da? Mein Gott, hast du lange gebraucht, Bubi. Was ist schlimm mit dir? Aber wie gesagt, es gibt Leute, die schwören auf Apple. Ist das halt so. Ich muss sagen, ich bin, hatte vorher Samsung, ich bin aufs Huawei umgestiegen und bin mit dem Huawei P9 sehr, sehr zu spät. Ja, hier Leute. So, meine. Geil, ausweich konnte, wer tot angeht, haben besonders geschickt ausweich, flackert seine Rüderscheid, um ein Gegenantriff zu stark. Geil. Fähigkeitspunkte halt. Oh, XP. Irgendwas noch am Leben? Ich habe zu wenig Untote. So. Meine Untoten sind auch am Friemeln. Ich wäre mal gespannt, wie sich das nachher auswirkt. Also ich muss sagen, den anderen Weg, den ich gewählt hatte, der war... Ich kann mich nicht bewegen. Nein, mein Controller. Der hat nicht genug Saft. So. Hey, Controller. Der andere Skilltree ist am Anfang wesentlich effizienter. Ich hoffe, dass der andere Skilltree zum Schluss dann dafür richtig abgeht. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Der ist tot, Mensch. Ich hau doch nicht mit einem Stein die ganze Zeit auf mein Gesicht. Ich muss mal hier gerade meinen Controller entwursten. So. Entwurstet? Hallo? Jo, entwurstet. Musste ich den echt noch an Strom anschließen? Skandal. Hallo? So. Ist mir angeschaut. Nicht gedacht, dass der Saft aus ist. Äh, wie gesagt. One Plus. Ich habe gesagt, ich bin mit meinem Huawei echt zufrieden. Aktuell werde ich da auch längere Zeit drauf bleiben. Mit dem P9. Aber vieles ist natürlich... Reine Geschmackssache. So. Und nu? Hey, wo kommt... War die Magma vorher schon da? Der alte Stein erwacht. Ja? Und jetzt? Schmeißt du dem das einfach in den Kopf? Oder was machst du? Tatsächlich? Naja. Er levitiert anscheinend... Eigenständig da hinten. Schwupp. Bam. Eins von drei. Ach, guck mal an. Da hat sich was aufgetan. Das Spiel möchte mir wohl sagen, dass ich jetzt da lang muss. Ich drücke Red. Drücke den Raid Trigger schon. Und nichts passiert. Ja, ich hole dich gleich. So. Was haben... Oh, oh, oh. Da hinten ist schon mal irgendwas. Alle Mücken weg? Ja, alle Mücken weg. Gut. Scheint so, als müssten wir... Wasser besorgen. Tja. Holen wir uns doch erstmal... Hier oben das... Die Münze. Ich weiß gar nicht, wie sich das schimpft nochmal. Fährmannsmünze. Genau. Glaube ich war das. Wir haben auch noch ein Level bekommen. Das werden wir erstmal investieren in... Tote Ghule explodieren, wenn sie getötet werden. Mehr Radius, dass sie die angreifen. Mehr Zorn. Das ist eine gute Idee. Glaube ich erstmal. Aber wir wollten ja eigentlich schauen wegen Karte. Was haben wir denn hier? Da kriege ich Dings hin. Okay, dann gehen wir hier mal lang. Sieht so aus, als wäre hier vielleicht ein kleines Secret oder so etwas. Die kleinen Stecher sind wir losgeworden. Kann ich eigentlich das Ding zuordnen? Ne. Was kann ich denn hier Tolles? Doch, da ist ein Weg. Das Wasser. Hm. Wir sollten vielleicht doch erstmal gerade rüber gehen auf die andere Seite. Wahrscheinlich ist der Weg jetzt doppelt. Tut mir leid, aber ich muss das jetzt erst wissen. Weil das fühlt sich gerade wie der richtige Weg an. Und da muss ich eher vorher bestätigen, dass das andere auch wirklich eine Sackgasse war. Hm. Ist er schon fertig? Jo, weil ich befürchte mich, dass ich dich brauche. Wenn ich da hinten jetzt lang gehe. Ich gehe an die Tür. Ja, dann komm doch mal an die Tür. So, halte ich mir mal auf. So. Komm mal rein hier. Genau. Da stehst du doch ganz tutti. Aktuell würde ich sagen, ich muss ins Wasser. So, und da war ich eben. Genau. So, dann kann ich mich da nämlich gleich nochmal umschauen. Wie vollkommen bescheuert dieser Weg jetzt gerade war. Gibt es hier irgendwas tolles zu sehen? Nö. Hm. Okay. Vielleicht sehen wir unter Wasser etwas. Und wie Sie sehen, sehen Sie einen klaren Fall von Wasser. Und nicht rostende Metallobjekte. Durchgang? Nee. Aber irgendwo für werden die da sein. Kann man sich nicht vorstellen, dass die Dinger da umsonst sind. Hm. Vielleicht kommt da nachher nochmal Wasser durch. Oh, tut mich Bubi vielleicht rüberschmeißen? Und ich habe das nur nicht kapiert. Das wäre jetzt zu witzig. Ja. Guck mal, hier steht er. Ja. Klarer Fall von Doofheit. So, ja, auch mal vorkommen. So, da komme ich noch nicht hin. Aber wann triggerst du? Aha. Da hinten habe ich noch so. So, ich weiß gar nicht, was ich sage. Was ist hier? Wie heißen die? So, ein bisschen Asche. Hier. Guck mal, herrbwann zurück. Eh, 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 eh. Come here, hier. So, Ruhe im Schacht. Was ist denn hier schickes? Da oben ist ein Hebel. Hier habe ich noch so einen zarten blauen. Ja, klarer Fall von Sly. Na hier doch. Da habe ich schon erwähnt. Ups, er hat wieder ein Sly gemacht. Oh. Hier kann ich andocken. Und da kann ich hochfahren. So. Den muss ich wahrscheinlich erwecken. Dann kann ich damit hoch. Okay, erwecken wir den Dicken erstmal. Schlüssel ins Loch. So. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ist jetzt aber auch nur eine Vermutung. Der fährt jetzt hoch. Weil, ihr seht, da komme ich noch nicht hoch. Wenn ich jetzt hier gleich am Rad drehe. Ne, das hat er erst nicht gemacht. Schreibt ja keiner. Und ich glaube... Ne. Ist das zu hoch? Okay, nochmal. Oh, fucking hell. Nein. Zu langsam. Und wieder hoch mit dir. So. Ja, die sind alle so gespannt vom Game. Da hat gerade keiner Zeit zu schreiben. Passiert schon mal. Bei guten Spielen kann das schon mal passieren. Ne. Ich glaube, die meisten eideln gerade. Oder haben sich tatsächlich zurückgelehnt. So, ich glaube... Wir... Sind richtig. Ja. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Glaube nicht. So. Hebel. Gegeben. Und jetzt... Passiert was? Doch, der Wasserspiegel... Ah, das war eine Brücke. Uuuuh. Stylish. Alles klar. Ja, ist okay. Ich bin es schon gewohnt. Ich verstehe eigentlich, es ist ein bisschen schade, dass mittwochs nicht ganz so viele aktiv dran teilnehmen. Sagen wir es mal so. Aber ist okay. Nicht jedem liegt Darksiders. Wobei ich es eine sehr, sehr gelungene Reihe finde. Ich persönlich hoffe, dass sie irgendwann auch mal einen dritten Teil rausbringen werden. Ich habe mich aber sehr drauf gefreut. Und mir macht es halt auch wirklich richtig Laune. Wenn du das nicht machen willst, sollte ich mir besser einen anderen Reiter suchen. Wenn du noch weiter meckerst... Hänge ich jetzt hier echt an diesem Ding fest? Ich dachte schon. So. Und führt mich denn dieser schmale Weg? So. Das ist ein neues Herz. Ich habe auch Gegner. Irgendwo lungern hier noch welche rum. Wow. Okay. Apropos rumlungern den Gegner. Nach dir. Ich würde mir beim Versuch den Hals brechen. Nach dir. Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Wovon? Ich will ja nicht sagen. Lass dich dort nicht platt machen, ja? Aber das sieht nach einer Steinpresse aus. Ich mache da hinten erstmal die Gegner, die sich lustigerweise selber an die Gurgel gehen. Aber hey. Gratis EP. Hast du nicht gerade gesagt, du willst dich ausruhen? Ich würde mir beim Versuch den Hals brechen. Hi, Timo. Alles gut bei dir? Jo, mir geht's gut. Schön, dass du das reinschaust. Wir sind gerade mit Darksiders 2 beschäftigt. Jo. Oh, geil. Eine Truhe. Eine geile geheime Truhe. Möchten wir jetzt auch mal sagen. Kann ich da nicht rauf? Vielleicht kann ich auch einfach hochklettern. Nein, okay. Ich möchte da gerne rauf. Gibt es irgendwas zum Festwerden? Anscheinend aktuell noch nicht. Jo, ich höre dich. Wie geht's dir denn, Timo? Äh, nicht wundern. YouTube hat einen guten Delay. Warum kann ich das hier nicht bedienen? Ich möchte diesen Hebel bedienen. Lass dich nicht zerquetschen, Reiter. Was muss ich denn hier nachher zerquetschen? Das lautet ja die Frage. Okay, Asche schwirrt da hinten rum. Heißt für mich, ich muss wohl hier lang. Ich ruhe mich etwas aus. Weil ich schwäglich bin. Und klein. So, da komme ich da wieder hoch. Ich gehe mal hinten noch auf die andere Seite. Aus dem einfachen Grund, ähm, ich glaube, ist aber auch nur so eine Vermutung. Da hinten habe ich noch Geld liegen. Und wenn ich eins nicht leiden kann, das Geld liegen bleibt. Deine Aufgabe. Auch gut, danke. Ja, das freut mich. Schön, dass du reinschaust. Äh, wir sind hier noch so ein bisschen zu Gange. Und ich hoffe, du genießt den Stream, hast Spaß und dir fällt das Game zumindest genauso gut wie mir. Wie gesagt, dienstags ist immer so ein bisschen Spiele allerlei und mittwochs ist ein Themenstream. In dem Fall aktuell Darksider. Eins haben wir schon durch. Oh geil, hier ist noch eine Fährmachtbrinze. Wir sind jetzt mit Darksiders 2 beschäftigt. Sind aber auch schon, glaube ich, ungefähr auf der Hälfte des Weges. Und, äh, ich muss mal schauen, was ich mache. Uh, da komme ich wieder hoch. Aber ich glaube, da wird nur die Brücke sein, ne? Finden wir ja gleich raus. Ja. Schade. Ja, dann, wieder zurück. Der muss sich immer ausruhen, wegen Altersschwäche. Ja, glaube ich, so langsam auch, dass das, äh, obwohl es eher das jüngste von allen ist, von den Erschaffern, glaube ich auch so langsam, dass Bubi leicht schwächelt. Aber es ist meine persönliche meine. So. Und Ruppa. Ja, ansonsten, äh, bin ich zwischendurch am Wochenende noch online. Jetzt höchstwahrscheinlich Samstag und Sonntag. Freitagabend werde ich nicht können. Da, Real Life. Ii, Real Life, ja. Wohin? Da ist ein Gang. Sieht ihr den auf der, also den seht ihr nicht auf der Karte, weil mein Gesicht da drüber ist, aber, ich bin da jetzt gerade sehr neugierig. Naja, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir uns da irgendwo bewusst fallen lassen oder der ist weiter oben. Ja, wie gesagt, ähm, uh. Okay. Irgendwas sagt mir, ich muss diesen Hebel bedienen. So. Äh, wie gesagt, Freitagabend, äh, hab ich Real Life und, äh, Samstag, denke ich, werde ich abends, äh, ne Runde Players anderen Battleground spielen und Sonntag mit Basti zusammen. So, ist das hier dieser geheime Gang, der mir hier auf der Karte angezeigt wird? Also, jetzt, drastisch finde ich den ja nicht. Und, wo ist die Kiste? Ist die da oben drauf? Hmm, Fragen über Fragen. Ich glaube, ich kletter erst mal runter. Jo. Ist hier unten im Wasser? Wow, ist tief. Ja, da ist irgendwas. Guck, das ist ein Shot. So. Und da unten ist noch eine Fährmannsmünze. Ich schwöre es euch, wenn ich genug Asche habe und wir, keine Ahnung, mal so Level 15 sind oder so, geben wir mal ein paar aus, damit wir uns ein paar Kisten von Vulgrin kaufen können. Der hat dann auch richtig geile Waffen. Aktuell sind wir ein bisschen mau, dessen bin ich mir bewusst. Auch knirscherig, aber wir finden aktuell halt so schnell Waffen und leveln auch dementsprechender schnell, dass sich das in meinen Augen gar nicht lohnt, Kisten zu kaufen. So. Das sieht so aus, als könnte ich das benutzen. Ja, kann ich. Alles klar. Hier ist nichts. Okay, hier ist auch nichts. Dann muss ich hier hoch. Und rüber. Ich will eigentlich, ne, ich will da rechts hin. Da gibt es eine Kiste. Du darfst noch loslassen. Danke. Da oben muss wow. So, der ist frikasig. Und der auch. Schuhe hat er mir noch getroppt. Schauen wir mal. Wie gesagt, zwischendurch nicht wundern. Ich bin natürlich haupteils aufs Spiel fokussiert. Und schau immer mal wieder hoch, ob ihr was geschrieben habt. Das gelingt mir mal. Oh. Geil. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Und wir haben eine Erschafferstiefel. Kunstschmiede Erschaffer haben diese meisterhafte Rüstung für den Champion geschmiedet, der sich gegen das Verderben stellen würde. Sie sollen ihn von der gesamten Schöpfung beschützen. Erschaffer Schulterstück. Ha. Ich habe ein komplettes Erschaffer-Set. Alles klar. Rat mal, wer jetzt dick gequippt ist. Oh, sweet. Sehr hübsch. Ich meine, das Ding ist nett, aber hu 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 hu. Danke für das dicke Lob, Timo. Aber was soll ich tun? Ich habe Werbung tatsächlich laufen über Outbrain. Aber ich kriege halt, ich weiß nicht, vielleicht scheine ich ja uninteressant zu sein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich persönlich mache erstmal weiter, weil ich Spaß an der Sache habe. und freue mich natürlich immer, wenn Leute zuschauen. Kannst gerne Werbung machen, share es einfach. Also irgendwie kommt halt wenig rüber. Ist auch ein bisschen schade. Alle sagen immer so, so ja, nach einem halben Jahr auf Twitch hast du keine Ahnung, X Zuschauer. Habe ich nicht. Also nur ganz wenige. Und meine Main-Community befindet sich tatsächlich auf Hitbox. Erstaunlicherweise. Bin ich auch sehr zufrieden mit den Jungs. Guckt euch an, wie geil wir aussehen. Scheiß die Wand an. Kritsche Magie-Schaden. Magie. Ich muss mal gerade schauen, was ich noch reinnehme. Wir haben hier echt einiges gekriegt. Ich meine, das Ding ist Bombe, aber... Was haben wir denn hier noch schickes? Schnell. Szenen, nichts Vergleichbares. Wie gesagt, das Einzige... Wir haben die Aschaffer-Kling. Und wir haben das Aschaffer-Sense. Wir haben ein komplettes Aschaffer-Set. Top-Werte eigentlich. So, wir laufen da jetzt mal so ein Weichen rum. Darfst gerne sharen. Sag deinen Freunden, hey, das finde ich geil oder so. Würde mich natürlich super freuen. Ich persönlich bin froh, also mein persönliches Ziel ist es, irgendwann mal 100 Abos zu haben, dass ich endlich mal den Kanal umbenennen kann. Weil aktuell kriege ich halt keine vernünftige URL auf YouTube. Was ein bisschen schade ist, weil ich halt einfach keine 100 Abonnenten habe. Und wenn ich die habe, kann ich den Kanal umbenennen. Vielleicht wird es dann ja mal ein bisschen mehr. Aber, naja, abwarten. Vielleicht wird es ja auch irgendwann nochmal ernsthaft. Spiels freut mich manchmal hart. Ja, vielen lieben Dank. Wie gesagt, wenn du Spaß hast, es freut mich umso mehr. Alter, wir gehen hier aber auch ab. Wie Schmidt Katze. Grafik. Meine Gude, schaut es euch an. Wieso mittlerweile explodieren, ey. Sehr hübsch. Ja, wie gesagt, freut mich sehr. Und nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe einfach, dass es mit der Zeit wird. Und wenn Leute genauso viel Spaß haben wie ich an der Sache, freut mich das umso mehr. Und hoffen wir, dass daraus was wird. Nochmal danke. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Oh, okay. Wir haben einen Mechanismus in Gang gesetzt. Anscheinend tut die Gießerei jetzt fördern. Das ist der Stein. Ja. Komme ich doch irgendwie schneller rüber? Wahrscheinlich nicht. Habt ihr einen geilen Körper gesehen? Holy shit. Hallo. Huhnkampf. Danke für den Follow. Huhnkampf. Guckte gerade so. Hä? Was das denn? Rechnet man jetzt hier weniger mit? So. Hier scheint sich eine gewisse Aktivität aufgetan zu haben. Und wenn wir schon mal hier oben sind, ganz ehrlich, komm, den stylischen Körper machen wir auch noch mit, oder? Aber einfach nur, weil es geil ist. Wuhu. Wollte ich immer schon mal tun. Jetzt schauen wir mal, was der neue Mechanismus uns freigeschaltet hat. Also. Ich konnte vorhin... Na, hier. Ich konnte vorhin ja... Kann ich das doch jetzt hochheben? Nee. Den Hebel hier nicht betätigen. Kann ich das jetzt? Okay. Der macht das. Und ich komm da oben immer noch nicht hin. Ich hab da eine ganz böse Befürchtung, meine Freunde. Ah, er will mich werfen. Ja, umso besser. Ich hab schon gedacht, ich müsste meinen Kugelfreund kaputt machen. Aber wenn man mich hochwerfen kann... richtig geil. Hier, mein Freund der Kugel-Golem. Den wollte ich nicht opfern. Das wäre zu schade drum gewesen. Hier, guck mal, wie friedlich er ist. Steht hier und brummelt eine Runde vor sich hin. Und guck mal, wie kann man bei dem Gesicht Nein sagen, hä? So. Aber wir haben den Schlüssel. Timo, kannst du gerne machen. Klar, freu ich mich drüber, wenn du das machst. Videos stehen ja über 400 Stück auf YouTube zur Verfügung. Daher hast du da natürlich volle Möglichkeit. Freut mich, wenn du sowas machst. Vielen lieben Dank. So, irgendwie sagt mir das, ich will den Käfer da erst kaputt machen, bevor ich anfange, die Umgebung hier auseinanderzunehmen. Wow. Der Kleine ist aber agil. Down mit dir. Was hat er gedroppt? Einen dicken Hammer und Geld. Die Best-of sowieso. Okay. Ja. Kannst gerne machen. Also ich habe damals ein sozusagen kleines Best-of-Video gemacht als Intro für meinen Kanal. Hat ja auch die meisten Views, aber liegt auch dran, weil ich mit dem Video halt Werbung betrieben habe. Aber Outbrain. Und dann sind die Klicks darüber gekommen, dass sich Leute das einmal anschauen konnten. So hatte ich mir das gesagt. Ja, macht das. Bis gleich. Dankeschön. So, ich glaube, ich muss meinen Kugelfreund hier hinbringen. Und irgendwie stinkt das von mir. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Loot? Außer einen Mini-Wasserfall, der durch den Stein läuft. Und Asche. Geile Asche. Kugelfreund! Komm her. Wir kugeln uns jetzt ein. Nein! Ich muss meinen Kugelfreund töten. Ich brauche nur den Ball vom Kugelfreund. Und wir wissen, wo wir Steine zertrümmern können. Oh, das tut mir im Herzen jetzt weh. Guckt euch das an. Lass dich dort nicht platt machen, ja? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Lass dich nicht zerquetschen, Reiter. Es liegt nicht an dir. Mit dir ist alles in Ordnung. Es liegt an mir. Und dass du meinen Geburtstag vergessen hast. Ja, ich weiß, das war sehr gekünstelt. Egal. Was? Hallo, Kugel? Och, Gott sei Dank. Okay, dass die Kugel wäre jetzt weg. Wow. Das wäre richtig hart gewesen. Kann ich mich zur Kugel ziehen? Nee, das wäre auch zu cool gewesen. Okay, wir rollen eine Kugel. Ich rolle Kugeln den ganzen Tag. Erinnert an so ein bisschen ein überdimensionales Murmelspiel. Oder extrem großes Golf. Mal schauen. Kriegen wir. Apropos Golf. Na? Ah, kein Hole in One. Schade. Aber knapp vorbei. Okay, da kann ich hochklettern. Kann ich hier auch erstmal... Aber erstmal will ich schauen. Hier kann ich rüberschwimmen. Oder wie wichtiger, hier kann ich erstmal abtauchen. Ist ja noch eine Fährmannsmünze oder so etwas. Ich höre nichts. Ich habe auch länger keinen Stein mehr gehabt. Ist euch das mal aufgefallen? Okay. Hfk futtern. Mach das Sven. Gut, Hunger. Okay, dann gibt es jetzt Kletterpartie. So. Das war eine schnelle Kletterpartie, aber... Wir sind zum Stein gekommen. Oh, eine mickrige Hausbeute. Schon besser. Hm. Fast wieder 60.000. Geht ja. Und rup da. Nächster Stein. Ge-entert. Gut, ich kümmere mich da drum. Steht da als Text. Wenn man es gehört hätte, wäre es auch ganz geil. Wo ist er denn? Hallo? Muss ich dich jetzt echt hier hinlotsen? Na, kann doch nicht wahr sein, oder? Bubi. Das passiert, wenn man Freunde allein mit einer Kugel lässt. Guck mal, wie energisch er schaut. Diese scheiß Kugel! Ernsthaft? Kann ich mir bitte so ein Ding krallen? Damit ich das wegsprengen kann? Ich muss mir irgendwie so ein Ding schnappen. Ich wüsste sonst nicht, wie ich ihn da wegkriege. Der hängt an der Kugel fest. Es wird RT angezeigt, aber... Ich hoffe, ich kriege das gleich hin. Bubi hängt am Stein fest. Okay. Na, Gott sei Dank. Das muss man nur noch gut werfen können, ne? Okay. Wie konnte ich noch mal meine Schnellleiste machen? Okay. Habe ich irgendwas Tolles Neues? Uh. Inferno-Schaden. Zornkosten. Blitzschaden. Gesundheit bei Grit-Treffer. Egal, ich finde die Skelett-Aktie ist so Fleisch. Also ich möchte sie jetzt einmal anlegen. Auch wenn sie ein bisschen schwächer ist. Sie hat Live-Drain. Live-Drain ist geil. Ja, das ist so Bombe, der Rock. So, jetzt nochmal die Frage. Wie komme ich effizient? Ach ja, genau. Ich muss doch irgendwo im Joy-Pad die Angriffe. Nein. Muss ich mir die echt jetzt hier vorne hier unten holen? Also ich wüsste sonst nicht, warum das... Warum es die Dinger gibt. So. Jetzt geh bitte nicht hoch. Ich möchte dir wehtun. Ganz ehrlich, Bubi. Ich möchte dir wehtun. Ja? Ich mache hier die ganze Arbeit. Dann hängst du am blöden Stein fest. Und jetzt muss ich dir auch noch sagen, wo es lang geht. Guck mal hier oben. Und jetzt nimm bloß den doofen Stein. Mit Recht. Mit Recht. Also wenn das jetzt deswegen gebackt hat, ne? Nein, mein Stein freund. Wir gehen jetzt einfach zurück. Und wehe dessen... Was kann die Waffe eigentlich aufgeladen? Das Wasserlevel steigt nochmal. Er hat den Stein immer noch nicht auf dem Rücken. Ich will ja nichts sagen. Von da kommen wir. Ich muss da hin. Das ist der einzige Durchgang. Kann da hin, da hin, da hin. Kriege ich die Tür überhaupt auf? Ach, ich muss wieder in den Zwischengang, ne? Ich hoffe für dich, Bubi, dass das... Also sonst müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Und dann bin ich not amused. Nur weil du zu doof bist, an so einer blöden Kugel vorbeizulaufen, ne? Mein Freund. So, hier müsste jetzt ja auch Wasser fließen. Ah, super. Spiel, denk mit. Halleluja. Halleluja. So. Ne, die zwei Plattformen. Lülä, 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 lülä. Ich weiß, ich befürchte einfach nur, dass das Spiel sich verfranst hat. Es tut mir schrecklich leid. Aber wenn Bubi den blöden Stein nicht hat, geht das nicht weiter. Bitte hab den Stein, Bubi. Nein, er hat den Stein nicht. Okay, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und da sammelst du bitte jetzt den Stein auf. Weißt du, die ganze Mühe, so einen blöden Stein zu suchen, und da bleibt dann der Kugel eng. Ich hab echt grad Schiss, dass das Spiel da... Ach Gott sei Dank, guck, der Stein hängt da plötzlich auf mysteriöse Art und Weise wieder. Weil Bubi nämlich nicht aufgesammelt hat. Als hätte ich den Stein nie runtergeschlagen. Dieses hier haltet... Hier behandelt sich du mal eine alternative Realität. Oh Bubi, bitte, ne? In der nie der Stein von der Halterung gelöst wurde. Okay, ich behaupte, das kriegst du da hin. Bitte, 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 bitte. Keine Sorge, Reiter, ich mach das. Na, geht doch. Mensch, in dieser Realität funktioniert das wesentlich besser. Oh, oh, nicht runterspringen. Nicht, dass er da noch hängen bleibt. Mein Gott. Mensch, Freundstein. Das war schön mit dir, die Zeit, die wir hatten. Und kein Spawn? Weil, haben wir schon kaputt gemacht. Wow, ein flüssiger Weg zum Golem. Sehr schön. Na komm, Bubi-Boy. Jetzt aber. Alles wird gut. Fühl mich zum Schotter. Hallo. 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 Wir beide müssen noch ganz dicke Freunde werden, ne? Und damit, damit schaffst du das nicht. Dieser Doppelsprung, ne? Der fehlt mir so sehr. So. Er steht wenigstens vor der Tür. Ah, Gott sei Dank. Komm, Bubi. Der Stein muss noch zum Golem. Aber die Folge ist ja auch gleich schon wieder um. Skandal, ne? 47 Minuten. Jetzt gehen die Schotten hier runter. Ich muss wieder den anderen umständigen Weg nehmen. Ist klar. Warum leicht? Wenn es aber schwierig geht. So. Hallo, Gullideckel. Von Herz zu Stein fließt das Lebensblut. Das Wasser ist rausgekommen und die ganze Lava ist... Nicht zu Magma. Magma ist innerhalb des Erdkons. Die ganze Lava ist zu Gestein. Abgeklungen. Ja. Ich komme jetzt auf den geologischen Namen für diese blöde Gestein nicht. Fuck. Wie ist denn das nochmal? Guck mal, da habe ich noch einen Freundstein. Ein neuer Freundstein. Ich habe dich, Reiter. Spring an Bord. Nö. Was ist, wenn ich nein sage? Ich schaue euch jetzt hier nochmal nach. Nicht, dass ich irgendwo was vergessen hätte. Kann ich auch rausholen. Oh yeah. Nein. 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 Alles klar. Ich will jetzt erst schauen, was hier in den Dingern drin ist. Stein. Noch mehr Stein. Und da komme ich her, ne? Äh. Ja. Okay. Ausnahmsweise gehen wir mal weiter. So, du hast mir doch eben noch vorgeschlagen, dass du mich hast. Dann los. So. Und hier, liebe Freunde, beende ich die Aufnahme. Keine Sorge, ich nehme die nächste Folge direkt am Stück weiter auf. Ist auch besser für mich im Flow, wenn ich vier Stunden am Stück spiele. Da weiß man wenigstens gleich noch, wo man war. Als wie jedes Mal nur so ein bisschen. Für euch bedeutet das allerdings, ihr müsst bis zur nächsten Folge warten. Ich hoffe, euch hat soweit viel Spaß gemacht, genauso wie mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar, wenn es euch was nicht gefällt, sagt mir warum nicht. Und ansonsten, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, lasst ein Abo da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Und dann geht's gut.